Unser Sponsor sorgt dafür, dass wir das Video drehen können. Danke an Pink Rape Food. Das ist der Hit. Probier's auch du's. Hallo und herzlich willkommen bei Smectacular. Wir spielen heute Outlast, den siebten Teil. Und mit dabei habe ich die beiden hier wieder. Die Gang ist am Start, Junge! Puh, Alpha! Alpha? Scheiß drauf. Alpha Beta Gaal, ja. Und ich würde sagen, ich glaube noch, wir standen vor irgendeinem großen Gebäude und da muss ich jetzt leider hin. Leute, wir haben nachgeguckt. Wir stehen vor einem großen Gebäude. Wir stehen vor einem großen Gebäude. Er ist so ein Wichs. Er will jetzt so einen auf wichtig tun, oder? So richtig ein... Oh! X-Faktor. Ich war laut. Ja, und los. Das ist noch nicht spannend. Ne, nicht zurück. Ich muss hier erst mal gucken. Oh! Okay, ich war... Mach mal Licht! Ich gucke gerade rein! Ah! 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 Okay, alles klar. Ne, die Taschenlampe, hattest du nicht hier so eine Flashbang? Ey, warte mal, das war anders. Ich gucke jetzt! 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 Finger weg! Fassen Sie mich nicht an, sonst spielt es so geil. Alter, renn nicht! Warum denn nicht? Hast du noch nie so eine Spiele gespielt? Nö! Keck! Ah, fett Jesus! Oh, den er stöhnt! Ich schwöre, ich warte es mal nicht! Mach mal hier den! Ach so, ja, stimmt! Okay! Ich mag, wenn es leuchtet! Cool, stark! So, Leute! Wir sind völlig raus! Ich war da noch nie drin! Ja, das war noch nie drin! Und Philipp ist auch dabei! Das ist der Name meines Sexvideos! Ich war noch nie drin! So! Scheiße! Ey, Digga, Alter! War das richtig? Keine Ahnung! Ich hab mich versteckt! Ja, der war das nicht richtig! Okay! Wir suchen Mary! Knot! Papa Knot! Da war er wieder! Hallo! Da ist jemand! Wow! Ich dachte, er hat irgendwelche Stimmen. Philipp, hast du ein Messer dabei? Die haben Jonas vielleicht geschrieben! Streich mal durch, Mama J! Aber wie? 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 Ach so eine Knarre? Wie? Vielleicht ist es jetzt die Mission, wo du dir deine erste Waffe kriegst? Wow, so eine Gatling! Gatling Carrying, der wir! Ja, ja! Problem, 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 Problem! Alles passiert! Ich weiß nicht! Oh, ein Beichtstuhl! Sehr innovativ! Kannst rausgucken, cool! oh das ist ein jesus! den gibt es wirklich? krieger, ich dachte es ist einfach nur ein gemälde jetzt pushen er sieht aus wie auf den bildern das ist selten, dass man so weit hat oh ja, ok oh mein Junge, was willst du bei dir? ist das vielleicht hier noch ein Licht drin? ja, ich wollte es gerade sagen ich sehe nur, wie es anfängt so ein Lappen, Digga ach, so ein Spiel ist das? scheiße, wir haben den falschen Outlast ausgeliehen da steht so ein fettes Kinn vor mir, Mann! nein! aber ich meine nicht dich was? versteht ihr euch auch ganz schlecht? ja, Philipp hat vorhin wirklich die Schnauze der hat vorhin ja so einen Schlaganfall vor heute gestellt seine T-Shirts sind eigentlich nach Termin aber es ist ja keiner aber es ist ja keiner aber es ist ja keiner jetzt sagt er, jetzt wo er sie quasi fast zerrissen hat nein, jetzt ist er in die Royal ja, das meine ich ja, jetzt brauchst du auch nicht schmettern aber jetzt ist er fast tot so, hä? ja also entweder die hätten Slay ausgeklaudert oder gar nicht oh! das hat gemalt oh, der hat ja wieder auf ich finde, Josiah ist dead sieht, aber den wollte er doch he needs some milk das stimmt jetzt trotzdem, wow naja, das sind die Hände des Herrn ok, aber Fat Jesus hier drin, wofür sind die anderen? und er ist bestimmt irgendwo im KFC in der Ecke hm, du als Schmellluftwaffels na, nicht hier ah, eine Mia, oh Gott oh! die hat Musik zensieren Nippel! sorry das ist doch meine Freude ich wusste, ich spiele dieses Spiel aus irgendeinem Grund aber, ja, du hast recht, wir haben wirklich den Feind und Outlast da überhören okay, du scheinbar okay, du scheinbar oh! ne! adios! denk dran, wenn du da jetzt einen Wagen siehst, die kann man schieben ja, ich finde es immer noch witzig das wir im ersten oder zweiten Teil nur so angeschrien haben ja, war ja auch das ist ein Schiebewagen! war ja auch prächtigt den kannst du schieben! und bei dir kriegt keiner ja, aber der war ja auch du ja, aber bei dir kriegt keiner geschissen ey, bei mir war das eine ganz andere Situation ja, Stress ja, Stress 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 was ist raus? weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht läuft ruhiger läuft dir so eine Eide da mit so einem Kartoffelsack auf dem Kopf hinterher? ich will es nicht mehr, wie dir auszusehen hat ich kann es mir jetzt noch vorstellen Alter, läuft hier absolut ich habe absolut bläh 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 ich habe absolut keinen Plan noch, von wo wir kamen ey, kurze Frage kann man den im Spiel überhaupt zurück? ne naja, also ich kam gar nicht durch diese Tür orientier dich an den Leuten, die da abhängen der würde schon einen Grund haben, warum das die Tür nicht konnte äh, durch die Tür nicht konnte der rennt wie ein Geisterkranker ich habe nur Angst, dass Philipp jetzt wieder alle Batterien verbeutelt ja, genau was sagt ihr denn für welche? und ich stehe dann wieder da ah ne, dann bleib mal ganz ruhig erst mal bin ich dran erst mal muss ich ohne Batterien auf der Klappe kommen und du kriegst dann den Rest den ich noch habe ja, also auch keiner das ist richtig aber ich wollte es nur klar stehen das ist richtig aber ich wollte es nur klar stehen hm ein Pisseimer Pisse Pisse hallo Pisspot das ist ganz ungesund glaube ich wenn vor so ein Pisseimer noch so viel Blut ich weiß nicht ach so ich dachte dein Eimer pinkeln ich würde schön sagen das ist halt auch nicht so 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 macht man doch dann hier oder nicht? ja wenn er vorher noch getrunken ist ja machst du noch Grapefruit drin? fertig äh ernst richtig? die Handklang Strohhalmchen Strohhalmchen hm alter komm halt es mal endlich sagt es mal einer halt bloß deine scheiß Fresse oder? wirklich? ja jetzt kann ich nicht mehr zurück ja ja jetzt kann ich nicht mehr zurück das sind alle schartet oder was alle Täter über 200 Jahre oder 1000 und du kommst da lang halt nicht kaputt mhm das ist wie mit das ist wie mit Jodsalz 150.000 Millionen Millarren Jahre alt aber hat zumindest ja es war kein Datum bis 2025 ja das ist ja das ist wie mit dem Kalender der hat den oh Gott das ist ein Kaktus Mann den Handklang ist sehr dunkel oh Gott es ist ein Kaktus ha 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 komm ich jetzt hier weiter es ist ein Schimowang erst mal straight einfach gegen den Kaktus ja ich glaube ich habe das Spiel gecrashed ich glaube auch äh frag mal die nette Frau oder? hehehe ladies oh ey Meister wass your name? Tony fuck you Tony okay ok 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 Kacketurs ja ich würde vielleicht einfach mal die straight gegen den Kaktus laufen und ein Stück dran vorbei das ist ja nun bis auf der Teil da meistens Holz wenn nicht jetzt viel geregnet hat dann wird Holz morsch renn doch mal mit Schmackes gegen den Zaun das stimmt Johannes das habe ich ja gar nicht gedacht wie ist das hast du noch drin einfach vermutigen danke Natur so halt gesagt so oh der Teddybär ist gut wo war der Teddybär? ähm draußen auf der cool ich habe doch nichts hin aber danke dass die Interessen vorgebracht hat danke sind das Kinder da ist er da ist er du schlägst sie jetzt von hinten an und machst mir Vierheck-Tagdown schläg ich mich jetzt von hinten an und überrasche sie von hinten sind auch ja von mir aus auch das Vierheck Philipp besser Kehle Philipp die sind 100% tot oder Puppen die Alter hat einen richtigen Dachschlag noch weiter einfach aussehen Oh! Bondage einfach aussehen die schmeißt gleich mit dem Kindert hier stark oh das ist Sally Sally da für Papa Knot gucken wir ob du da Licht drin hast Kapitel 2 wir haben Kapitel 1 nie gefunden so wir sehen alles wir würden die Handlung nicht verstehen pack es weg ja pack es weg ok da ist auch kein Licht drin das ist ne aber draußen war er irgendwo das hat ja gar nicht das hat er Strom sparen ja da hat er so guck mal ob das Kind tot ist das ist eine Puppe ja ach du Scheiße äh ja das sind tote Kinder das sind richtige Kinder gut raus da auch irgendwo Puppe raus da raus da und jetzt riech um da ist der Teddybär alle Alarmglocken hier Leute das guck mal du pass auf der steht auf und gibt dir mit seinem Banjo das hat er aufschreit das ist nicht die Scherri was hat er ne Scherri hat er ne Scherri das ist Wasserisch für Mariette das hat nur Scherri verstanden das auch das ist ja ein Scherri denk dran die mit Marietten sind immer aufgestanden und sind da ein Seelofen mit Marietten Ich bin der Jonas und ich bezeige das. Ich hab auch mal gehört, dass Machepen echt schlecht raus, Alter. Die Musik zeigt an, dass irgendwas passiert. Der Bosskampf fängt an. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gerade, Alter. Du bist nicht im Rindelopf, weil du gerade ausgelaufen bist. Ich muss dich nicht so hinmalen. Das ist eine ganz schöne Frechheit. Das ist eine ganz schöne Frechheit. Nicht meine halbe. Der frisst eine ganze Frechheit. Schönen Tag bitte. Einmal eine ganze Frechheit zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, ob er dich gefunden hat, weil du stinkst. Wie sieht der jetzt so? Halt. Das ist so ein Teil der Gruppenluder. Wenn der mich im Eis fällt, läuft sie so rum, hast du deinen Kopf gekriegt. Warum haben die mich nicht gesehen? Ich bin jetzt aber ganz ruhig. Ich muss doch aus Sneakens gehen, Junge. Ja, das muss doch nur damit die Türen knacken können. Schlösser. 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 Also nur mal ganz kurz. Ein ganz spannendes Gameplay. Ich glaube nicht, dass der dich gekäht hat. Nee, da war ein anderer hier im Dings. Ja, aber deshalb brauchst du da nicht kriechen. Da bist du wohl noch nicht langgekommen. Und nicht rutschen. Wir haben hochgestartet. Sprinten. Los, pushen. Los, los. Die haben die gefunden. Die riechen nicht. Nein, bitte sprinten. Steh nischt. Kriegst du vielleicht noch? Ich hoffe. Guck dir. Hast du noch ohne Leuchte schon? Oh. Ja, den leer. Ja, mach ich. Das kacke. Da ist sein Hund. Ja, egal. Ich hab ihn doch in dem leer. Ich hab ihn doch nicht gespielt. Zack. Und dann besteht einer. Das hat noch. Ja. Ja. Ja, Mann. Na, danke. Ich würde sagen, du hast keine ... Das ist der Zorn. Musik oder Lauter? Ja. Ich hab ihn doch wieder nicht. Ja. Nicht, glaub er auch. Ist der hier nicht? Ne, der sucht nur den Zorn an. Alter, die Schnauze! He 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 he. Fee, du siehst mich nicht. Fee, du siehst ihn nicht. Ja, da ist doch wieder. Alter, der riecht hier ein Nackengeräusch. Hallo! Machen wir jetzt hier auch nochmal, der Mais ist heiß oder was? Der Mais ist heiß. 2.0 Ja. Aber das ist... Diesmal ist das Mais nur so mittelheiß. So lauwarm, halb Popcorn. Ja, genau. Das Mais ist... Halt die Frette. Halt die Klammer weg. Halt die Klammer weg. Ja, scheiße! Der Mais ist lauwarm. Halt doch einfach mal die Fresse weg. Da oben. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht so gruselig eigentlich. Ganz ehrlich, ich glaube, können wir dieses Spiel nochmal spielen oder so? Aber die Lichter einfach mal funktionieren. Oh? Ja. Ja. Ist das wirklich... Vor allen Dingen erst mal am Tag, wißt du? Ich würde ja nicht mal nur nachts genug haben. Ja. Du musst halt finden. Ein Kugelrad. Locker da hinten, wo sich das dreht. Ja, äh, äh. Ich glaube, der hat die gesehen. Das mag sein. Ich glaube, der hat die Wurl gemacht. Aber ich habe mich recht, wenn du richtig zusammenzuck bist. Aber er ist doch jetzt zusammenzuckst, weil der Dinger ein Schotter ist. Sorry! Aufhalten! Ja! Du musst einfach warten! Dann kriegst du seine Marete und kannst in den Kopf abschlagen! Kontra-Attentate! Er ist versprungen und er ist schon ein Schämon! Okay! Another one! Ja, nimm dich gleich mit! Da! Tür! Hoch damit, du fette Sau! Ja, jetzt fahre die Treppe hoch! Ich hab den Boga nicht gerade aus der Treppe! Da! Nimm ihn mit! Nimm den Hosenbutt mit! Du brauchst einen Kugel! Das ist der Kugel! Ja! Warum hat man so auf seinem Schreibtisch zu liegen? Weil das ist normal, Adi! Das musst du! Deswegen sind die und nicht in der EU! Man muss den Kurbelrat doch einfach mal ankurbeln! Ja, und vor allem da auch platzieren, wo du hin musst! Ja! Stell dir mal vor, du müsstest das jetzt benutzen! Jetzt müsstest du erst zum Schreife schlafen und das holen! Die Katholien hat dann seinen Schreibtisch einfach nur so... Ja, das kann oben bleiben! Ja, man sagt, ich bin was Besonderes! Weißt du... Ja, warte, was hast du jetzt gemacht? Hast du die Unwalt umgebracht? Ich glaube, ich hab jetzt ein Dings hier blockiert. Komisch hart! Alter, die Fresse! Alter, die Füße! Ich hab dich Arschlocken! Ach nee! Ach nee! Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Oh bitte! Mach es! Was? Nicht rutschen! Na auf! Wo gehst du hin, Pippa? Was ist denn eins hier? Hey! Kann ich hier... Die haben mich nicht... Die haben mich nicht gefunden! Von der Lappen! Wenn ich sie nicht sehe, sehen sie mich auch nicht! Du einen Arm! Das ist wie mit dem T-Rex! Alter, mein Herz! Okay, Philipp, die Musik wird leiser! Sie entfernen sich! Easy! Das ist wie mit dem T-Rex! Das ist wie mit dem T-Rex! F*** euch! Da ist die T-Rex! Hä? Wir haben mich lacht! Weil du dumm bist! Ehh! Ehh! Schleichen auf 99, Degger! Das finde ich einfach jetzt nicht gleich! Also wenn der weg ist, dann nach geradeaus, trade durch! Häh! 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 Wenn du dich daran erinnerst, habe ich den Z-Beruf schon mal gemacht. Ja, ist schon so lange her. Lange her, Mann! Schleifend Cop 99, Digga. Ich hoffe, er so eine Kuhglocke im Hals hatte gerade. Ah, ich bin hier... Warte mal kurz. Kann ich hier irgendwie... Der hat das Johnny Windspiel. Tut mir leid, das sind meine Windspiele. Family Guy. Ja. Johnny Windspieler. Tut mir leid, da sind meine Windspiele. Ich hab so ein ganz dummer Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Da habe ich jetzt noch einen Hinschlupf hier im Kopf. Nein, nein. Guck mal, einfach so links und dann... Sieht ja schon aus wie eine Rampe da so. Was ist denn jetzt passiert? Ach so, nee. So funktioniert das Spinnig. Ist ja kein Assassin's Creed. Dann geht das auch nicht. Ich bin jetzt nicht unten und dann links. So, du hast das Wasser ausgemacht. Das Wasser fließt da... Oder was auch immer das ist, fließt da nebenher durch. Das führt da rein. Reiß, du musst in die Hütten. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich hab's nicht mal gesehen. Beide in die Hütten. Ja. Komm her, du Zau. Komm her, du Zau. Ich hab's nieig, ich hab's nieig. Gib mir alles! Gib mir alles! Gib mir alles! Was ist das? Was ist das? Hast du den Mund? Ja. Ich weiß nicht, man. Ich weiß nicht, man. Ah, shit. Hier, guck ich jetzt. Streich sie sich mal an, verdammte Angst. Ja, mach ich doch. Oh… Ja, aber danke. Danke dafür, danke für nichts. Danke für nichts, Bruder. sind gerade durch ein oder beziehungsweise durch zwei Pfosten durchgeschengelt. Durch ein, zwei Pfosten durchgeschengelt? Nein, nein, Pfosten durch Pfosten durchgeschengelt. Manchmal ist es schon krass. Da kann sich Elmsinheim was abschneiden. Ist der nicht so? Ja, Elmsinheim? Ist der nicht so? Doch. Wie lange kann man auf der Nahrung halten? Mh, 15 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir nichts ausfinden wollen. Doch, da können sie einfach versuchen. Schleich 99, Digga. Gehen wir doch mal in die Tonne. Hüpft mal in da. Jetzt hüpft doch mal in da. Nein, ich will nicht. Ich habe Angst vor Wasser. Drück jetzt Vierheck. Jetzt verabschieden wir uns erstmal für heute, weil er kriegt es nicht geschissen. Fuck off! Jetzt ist er da, wo ein Stück Scheiße hingehört. Genau. Mal sehen, ob es ein anderer vielleicht hinkriegt. Locker. Ob ich es hinkriege? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall er nicht. Das wird eine echt spannende Folge, wenn er die nächste Folge da hinkommt. Deshalb beenden wir das jetzt hier. Und ich würde sagen, schreibt gerne in die Kommentare. Was ist ihr denn zum Frühstück? Schreibt es in die Kommentare! Was auch immer ihr wollt. Was wird. Was wird. Wer nix wird, wird wird. Und wer auch das nicht kann, der geht zur Post und Eisenbahn. Grüße gehen raus an alle, die an der Post und der Eisenbahn arbeiten. Achso. Ich hab extra so gefahren. Ich hab so! Die Hand war abgeknickt! Ich schwöre! Bis nächstes! Wirklich! Aufwärts! Das war... Bis dahin, Leute! Ich hab die Schnauze voll, ey! Bis zum nächsten Video, Leute! Und rein! Tschau! 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 Ich hab die Schnauze voll, ey! Bis zum nächsten Video, Leute! Ich bin après densittenen Treaktor wieder! Ich bin'ster Beorzenario, ich bin ein gutes Schnauze! Bis zum nächsten Mal.